Die ganze Zeit fleißiger Waffen wechseln Die Giftwaffen für die Menschen und Staubsauger für die Ich sehe Waffenkitzel in jeder Menge Habt ihr noch Feinkontakt? Nein Ich hab Kistenkontakt Sag die Kiste! Achtung, irgendwo ist noch eine Ich hab irgendwo gerade einen Schuss abbekommen So, erledigt Sehr gut Klassmog Berserker Schild 89er Explosive Longbow 92er Gummierte Guck mal Ballast, der ist durstig hier Was, wo? Die steht doch direkt neben dir Stell dich mal hier wo ich bin Da sieht man, dass er irgendwie, glaub ich, Durst hat Das sieht eher aus, das sieht eher aus wie Ich brauche jetzt ne Bohnensuppe Den Bohnen ess ich gern Ich hab ne Tür gefunden Achtung Dann kommt da jemand raus Du hast irgendwas fieses getriggert, glaub ich Geh ich noch, ja Ups Ups Fliegschön bleiben Au Sorry, das war das Da wollte die Ganaten nicht weit Boah, mein SMG ist leer wie Erz Ich möchte hier mal einen Film zitieren, wo einer der Der beliebteste deutsche Schauspieler mitgespielt hat Mit Schweiger Ja Warum weiß ich das, oh mein Gott Weißt du ja, weil es der einzige deutsche Schauspieler ist, wo jeder sagt So klasse Weil jeder Till Schweiger liebt Ich hasse ihn Ne Ich hab bedenkt Ich auch nicht irgendwie Auf alle Fälle hat Till Schweiger gesagt Kartoffelficker Ja Der Spruch ist ziemlich cool Ist es noch weit? Ne, wir sind fast da Yay Ich nutze mich mal so ganz dringend aufs Klo Huiiii Au Ah, warum rutscht ich wieder auf runter? Ich bin doch über diese Planke gegangen Was ist das denn? Sehr gut So, hallo So, ich bin euch gefolgt Ja, das ist irgendwie seltsam, ne? Wir sind wieder ziemlich am Anfang Oh, das war teuer das Ja Das hat mich 45.000 gekostet Mal so als Frage Warum seid ihr nicht über die umgestützte Säule? Da bin ich drüber, aber ich bin da runtergerutscht Wie, da war eine umgestützte Säule? Hier ist ein Ladebildschirm Warte auf uns Ich will sehen, wie es schneit Nein, haut drauf Schnee ist romantisch Ja, und den Vulkan sehe ich auch Ist ein eigentlich geiles Bild Bestimmt Asche Hau drauf Nein Ahahaha Oh Nein Das bei Allah ist wieder Ja, ich wollte den Vulkan und den Schnee und die Asche sehen Ja, hier schneit es auch Hier ist scheiße Das ist nicht dasselbe Da vorne ist ein Außerirdische E.T. Gib dir mal ein Handy Ah, Muni-Kiste Wie drittet man die eigentlich? Ich weiß noch Am Schädel glaube ich An dem dünnen kleinen Schädel Da Oh, ich habe irgendwas aufgenommen Brandartefakt, ich weiß noch nicht für wen Guck gleich mal Oh, ist sogar für mich Nein Nein Ich werde niemand sterben Genau Niemals Ich kann mir etwas anhaben Hier ist eins für ein Berserker Artefakt Aua Ich bin unbesiegbar Ich bin unbesiegbar Denkt er sich da oben auch, ist er noch nicht Hat ziemlich hart auf die Fresse kassiert Verlass hier ein Licht medikiert, das sollst du eventuell mal eben reinsteilen Ich will kein scheiß medikiert Dann nehme ich das Ich heil mich von selber Aua, okay In so ein scheiß Vulkan springen Schaden Da vorne waren auch Typen, ne? Ja Ich habe schon wieder ein Level Up, was? Hatte du gar nicht erst eins? Ja, das sind anscheinend Gegner, die uns sehr überlegen sind oder so Die kriegen wir voll viele Farben von denen Ja, 32, ja Der eine zum Beispiel ist ein Gesetzeshüter Wenn man Gesetzeshüter tötet, kriegt man viel mehr Erfahrungspunkte So Als wenn man einen Zivilisten tötet Ist doch logisch So, ich habe ein Level Up Endstopp Ja, Alter Ich bin auch So Ja, Level Up wäre mal was Ja, das wäre mal wieder was So, mehr Schaden mit Snipergewehren Das benutze ich eine Schrubbflüte Klingt logisch Ich habe ein Level Up Ja Dann leide dich Alles voll mit Gesetzeshütern hier Hier gibt es Erfahrungen an was Ja Also wenn man die Kriffe dann aber richtig, oder? Ja Und die geben gute Erfahrungen, ey Ja Das ist ein Schnelles Ja Ja Das ist ja 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 Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Boah, wenn die nicht so schnell wären. Die sind noch nicht schnell, war's schon. Mit dem Revolver hab ich echt Probleme gerade. Auf die Entfernung, ups. Hier ist ein Jäger, klasse, ein Jäger-Artefakt. Ich nehm das mal mitgesprengt, oder? Nicht, ja. Habt ihr auch so Munitionsmangel, ja. Ja. Hab auch meinen Revolver gleich leer geschossen. Ich brauch mal wieder einen Verkaufsautomaten. Ja, ich auch. Grüne Pumpe. 40x12. Ich verschenke meine Kugeln aber auch gerade wie Bonbons, um das SimCity zu zitieren. Oh, Gegner, ein Kontakt. SimCity meine ich halt nicht, nicht SimCity. Sneak. So komm, SMG. Hey. Mach die Typen da oben erstmal platt. Viel gefährlicher. Geht auf. Oh, zack, da haben wir den zweiten. Sind wir noch mehr von der Sorte? Muss irgendwo ein Nest sein. Na siehste, mit der SMG klappt das doch wieder. Oh, mehr. Ja. Schon wieder Variation da drin. Wenn ihr Sniper mal seht, lasst ihr bitte liegen, auch wenn ihr sie aufsammeln könnt. Kann ich nicht. 88 Schuss. Fuck, ich hab noch ein Magazin, ey. Ich hab auch nix mehr eigentlich. Gott, wir schlagen uns übrigens gerade durch zum nächsten Ladestream. Geil. Gesetzesfüger, Erdwichter. Einer uns ran. Tot. Ich auch. Okay, ich stehe wieder. Äh, mein SMG ist leer. Geil. Alter, was ich für Munition verschieße hier. Hm, ich seh den nächsten beiden Kumpel von uns. Ich glaub das war's. Oh, hey. Ich kann dich nicht mehr retten. Wir kommen am letzten Speicherpunkt. Boah, da werden wir schon wieder angeschossen, ey. Ja, doch. Leute, da oben sind nur welche. Ich glaub, der Schrotz sind auf jeden Fall uns halt... Also Nachheten sind ganz so cool. Alter, jetzt ist die Klare auch leer. Hier ist ne Waffenkiste. Hier. Hier drin ist ne... Hinter uns. Alter, keine Ruhe hier. Ich hab ein 753er Schild hier liegen. Oh, das würd ich nehmen, wenn keiner will. Hm, brauch ich nicht. Ich hab noch ein bisschen... Äh, wo ist unser Jäger? Ich hab dir hier mal was hingeschmissen. Warte. Da fällt grad ein. Da ist ein Jäger-Klassmat. Nö. Jäger-Artefakt. Äh, ja. Egal. Äh, Askanra, wieviel Schild hattest du? Äh, 968. Okay, ich hab dich getoppt. So, was hast du da hinten da? Was? Ich hab 979. Okay. Ich kenn das schon. Du schommest doch. Überhaupt, bisschen. Aber du kannst nichts beweisen. Lass ich nen Screenshot machen? Da sind schon die nächsten, äh. Ja. Ja. Wie macht die denn? Geh uns aus dem Atem. Wenn ich auch wieder Damage mache. Da war das. Komm mal wieder auf die Füße. So, danke. Das ist nur eine Fleischwunde, weißt du? Alter, Vater. Jäger, Schock-Artefakt. Okay, das kann ich noch brauchen. Nein, das ist eine Waffenkiste. Da ist was für mich drin. Da könntest du recht haben. Könnte ich nicht nur. Nein, wer hat die Schrotmonie genommen? Ich, weil es die einzige Waffe ist, wo ich Munition für habe. Nämlich noch 26 Schuss. Ah, okay. Noch 152 Schuss für. Vor allem sind es schon wieder die nächsten Gegner. Ja. Boah, stresst dich hier, ey. Hartes Level. Ja. Na gut, Finallevel. Nachdenkissen. Das ist ein Gerhard. Ja. Ich bin residential. Ja, ich bin dort nicht. Kannst du gar nicht mit den Bremsen-Nasik-Titel. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier ist Schrot-Munny, verstanden, oder? Alter, wir sind noch längst nicht fertig hier. Wenn man auf die Karte schaut, wir haben ja zu gut die Hälfte geschafft. Ich sehe schon wieder eine Munitionskiste. Das ist schon mal wieder was wert. Hier oben liegt noch ein Medi-Pack, falls noch einer will. Da ist noch, da ist noch ein Gegner. Ach, nur Schrot-Munny drin. Ich aktiviere mal schnell den Speicherpunkt. Ja. Sollten wir da lang gehen? Wer weiß, ob wir ein bisschen Munny finden. Ach du scheiße, Flo, was hast du denn hier alles zusammengesucht? Ja, freu ich mich auch gerade. So, ich spüße mir mal eine Granate vor die Füße. Ich auch nicht. Oh, noch zwei Schuss mit der Stoßlinie. Nein. So. Keine Munition. Jetzt habe ich noch das Ding. Die Staubsauger, wenn ich extrem nach dem schieße. Dafür braucht er extrem Schaden macht. Ja, wenn du triffst. So, ich habe noch ein Eck von... Doch mehr? Ja, das sind nicht viele. Ich habe nicht Waffenküste gefunden. Ja, ich glaube, die interessiert gerade keinen. So. Alter, Vater. Ich gehe ein hier. Ich glaube, ich SMG-Munny. Medi-Kit. Hier ist beim Waffenung. Hier drin. Oh Gott, schon wieder ein MG. Schrot-Munny. Braucht jemand ein Medi-Kit? Also, wenn es nichts ausmacht, hätte ich gerne die Schrot-Munny. Weil ich habe... Hast du? Nichts. Ich habe nur das Ding. Nehmt ihr das MG oder sowas hier mit? Dann nehme ich mir mal die Sniper da mit. Toll. Einmal Schrot-Munny. Ich nehme nicht das Ding hier noch. Hier oben gibt es noch mehr Munitionskisten, Kinders. Äh, was haben wir hier? Das ist... Das Ding. Okay. Mit uns bei mir gibt es, wie gesagt, noch Muni. Na, ich komme gerade. Hier ist eine Waffenkiste. Das ist auch ganz gut. Was ist da drinne? Wo? Was ist so mega wow? Nix. Ich weiß auch nicht, warum er das sagt. Ah, keine Ahnung. Die freuen sich doch immer über Waffen. Da drüben stand schon wieder so ein Erzwächter. Aber warum gehe ich da drauf? Das ist doch stimmt. Das ist doch stimmt. Ich habe ein paar Schrotschüsse, die ich habe. Ich arbeite auch nur mit Schrott und Pistolen. Das ist was für ein Sniper hier. Ja, ich auch. Ja, ich habe jetzt gerade da dieses eine Sturmgewehr eingesammelt. Das habe ich wenigstens ein bisschen, Muni. So, bleibt doch mal da drauf. Hallo. Hey, da lag eine Lakete. Da vorne ist doch der Nächste. Boah, das ist ja schön, ganz schön packend und spannend hier gerade. Ja. Ähm, Leute, ganz kurz. Warum zählt es mir meine Aufnahmezahl nicht an? Also, dann machen wir mal ganz kurz eine Pause hier. Schlecht. Moment.